Servus Leute hier ist wieder euer Slippy. So, ich habe mal so ein ganz cooles Video gefunden und es kam irgendwie aus dem Affekt heraus. Ihr kennt das alles mal so ein bisschen. Man muss aufs Klo und schnell aufs Klo und so weiter. Aber was passiert, wenn es schief geht? Also sprich, ich hatte fast denselben Vorfall. Ich musste auf die Toilette bei dem Aufzug denken, oh ich muss kacken. Habe es ja aber noch geschafft, aber was passiert, wenn man es nicht schafft? Somit habe ich echt mal ein cooles Video für euch gefunden. Schaut es euch an. Wisst ihr, Däumchen sind Däumchen, Daumen nach oben und nicht vergessen ein Abo zu geben. Bis dann, euer Slippy. Ich finde, ich werde das Wahrheit zurückgehen. Aber nicht nur Däumchen, Zauber. Ja, wir machen uns hier weiter. Nein! Nein, keinける. Karte, wir sind nur Däumchen. Ich finde es ebenso schiebt, wir sinds chäb. Es ist nicht mehr so schön, immer wieder zu können. Es ist nicht mehr so schwer, es ist es nicht mehr so schwer. Oh meint! Was ist das Rundfunk? Was ist das Rundfunk? Ich hab ihn! 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 Komm, komm, komm! itionsaress Brook! Der无 Çagovat? Der hat etwas 아�ту? Ayy, sourdough! Ayy,めりゃ! O que é isso? Que nojo! Elas vom 분들 sitten Ajından! Caralho, der Bref! Olha isso! Ich bin ihr hübsch. Und sie sind die Schweiz. Und sie sind die Liga in Liga. Und sie sind auf alle Was. Sie haben alle Bühne. Geht auf, dass sie eine Bühne aufmachen. Die Welt. Der Bauch ist der Weg. Sie sind die Liga. Das ist eine Liga. Vielen Dank.